Guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe gut geschlafen. Ich hoffe, ihr habt es auch. Heute ist der große Demo-Tag gegen Artikel 13 für ein freies Internet. Auf geht's. Ich würde sagen, ich krall mein Zeug. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Ihr wollt doch auch mitkommen, oder? Dann kommt. Ich nehme euch mit. Kommt ihr mit zur Demo. Das Demo-Shit steht auch schon bereit. Auf geht's. Packen wir das Zeug zusammen und los geht's. Klemme von den Armen. Auf geht's. Ich nehme euch mit. Los geht's. Das war nicht der Demo-Wagen. Das ist nochmal der Demo-Bus. Demo-Dings. Eis. Schau mal, hier sind doch schon ein paar Leute. Da haben wir hier schon ein paar, die sich versammelt haben. Ja. Ja, ist noch ein bisschen früh. Geht noch nicht los, aber hier haben wir schon ein paar Gesichter. Da fällt mir jetzt gar nicht mal was Negatives zu ein. Es muss nichts Negatives sein. Was ist denn der Video-Bus? Ja, finde ich gut, weil man sich da über Sachen belesen kann, wo man meistens keine Ahnung von hat. Häufig sind sie zwar verwirrend geschrieben, aber im Großen und Ganzen ist es gut informativ und man kann sich da immer gut beentwickeln. Ja, was sagst du zu dem Wikipedia-Blackout, der am Ende des 20. Hab ich nicht mitgekriegt. Ja, macht gut. Kannst du gleich noch einen ziehen. Sehr geehrte Fräulein Scheinheilig, sich damit für schön Wählerstimmen einzuheimsen ist nicht nett. Sie haben Veto-Recht gehabt und haben es nicht genutzt. Danke für nichts. Wir sind frisch, ganz genau wie am Morgen der Kaffee. Doch wir lassen uns nicht filtern, unsere Sorgen sind konkret. Ah, ihr wollt Zensur, unsere Worte bleiben stehen. Wir sind viele, ihr könnt niemals diese Horde übersehen. Wie Familie, stehen wir zusammen, wenn was passiert. Internet-Menschen, digital sozialisiert. Hört gut zu, die Stimme des Volkes, sie ist nun hier, denn ich treuzeitschört das freie Internet. Nee, das seid ihr arm. Richtig geil, dass so viele Leute hier sind. Wir sind ja bis über die andere Straßenseite. Aber vielleicht mal ganz kurz zu uns. Die meisten wissen es ja wahrscheinlich. Wir sind mittlerweile die weltweit größte Petition aller Zeiten auf der weltweit größten Petition aller Zeiten. Mit all diesen wunderbaren, vielfältigen, bunten Menschen schätzen wir gerade ein mächtiges Zeichen. Die Europawahl steht vor der Tür und jeder weiß, dass am Dienstag hunderttausende Wählerstimmen verloren werden können. Und um ihre Ausbildung besser zu bedienen. Das heißt, es geht quasi um Auskauf, Gleichberechtigung. Ich bin doch keine Maschine. Ich will mein Schlossfleisch hoch machen. Wennkommen, dann kommt es hier ran, hier sind treibலige Haus. Davon liegt es oder was? Jetzt kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Jetzt kommt Bewegung. Jetzt geht es mal voran. Da vorne ist doch ein bisschen mehr Stimmung. Reinig mal wieder rein ins Lied. Da glotzen sie. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Hier sind vier. Hier sind laut. Ich frag mich allen Ernstes, wo ist die Spitze des Zuges? Hier laufen wirklich auch ein paar neben dem dem Demozug. Vielleicht habe ich da mal was drauf. Das sind so unendlich viele. Das sind so unendlich viele da vorne. Da laufen sie. Auf dem anderen Ufer. Alter. Das hört mich auf. Wir sind keine Volks. Wir sind keine Volks. Artikel 13. Artikel 13. Da steht auch gerade Lev Lloyd an der Strasse und ich habe meine Kamera nicht so bereit. Ich will mal was für das Video. Wir wollen keinen Artikel 13, wir wollen keinen Artikel 13. Bis zum nächsten Mal. Schaff die Zensur, schaff die Zensur, stop die Zensur, stop die Zensur. Das ist ein Tier. Wir sind laut. Dreimal uns die Freiheit raucht. Reingehen wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube nicht, dass die uns reinlassen. Mit genug Gewalt. Nein, ohne Gewalt. Mit genug... Keine Gewalt. Nein, keine Gewalt hier. Da wollte ich sagen. Mit genug... Wenn wir genug an die Tür drauf kommen, dann die fragen, hallo. Bloß keine Gewalt hier. Nein, Gewalt ist... Friedliche Demonstranten. Gewalt ist das Mittel der Dummen. Vielleicht ab und zu mal zu friedlich, aber... Ja. Aber lieber zu friedlich, als mit Gewalt alles beherrschen. Lieber zu friedlich und zu ruhig, als zu unfriedlich und zu gewalttätig. Wir wollen ja kein Hamburg haben. G20, Gipfel, ja. War zu viel Gewalt. Das... Ein kleines bisschen zu viel Gewalt. Klein wenig. Wir auch rechts vorbei? Ja. Rechts vorbei ist eine gute Idee. Nicht, wenn es alle machen, aber wenn es ein paar machen. Wenn alle rechts vorbei laufen, dann wird es ein bisschen blöd. Wir können uns doch einfach durch die Mitte durchdrücken. Ich war so ganz dick wappenlos. Ah, genau. Komm jetzt wieder, ja. Das SPD-Haus. In Detroit become human. Ich muss laufen, ein Schild hochhalten, filmen und gegebenenfalls mal schreien. Joa. Wo sind Sie eben? Trägt jemand jemanden? Hucke, was? Rechts vor hier. Rechts vor hier. Rechts vor hier. Hier muss man Blut. Ja? Rechts? Nee. Das ist in der Ausgabe. Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Der Typ im Dino-Kostüm, der muss echt extrem schwitzen. Der arme Sack! Der Typ im Dino-Kostüm! Der Typ im Dino-Kostüm! Der Typ im Dino-Kostüm! Dino, ist dir warm? Dino, ist dir warm? Ja! Na, das Gebäude sieht aber hässlich aus! Das sieht mal hässlich aus! Das ist doch noch so ein DDR Gebäude! Das ist wieder so ein altes Ost-Zeit-Arschlichtschulgebäude! Oder da irre ich mich da! Oder ist das moderne Kunst? Auf jeden Fall sieht es hässlich aus! Gut, dann geht es um die Ecke! Da stehen die Autos! Und lenken uns in diese Richtung! Und ja, um die Ecke! Das ist so ein Dinosaurier! Das ist so ein Dinosaurier! Wir haben Vorfahrt. Wir haben Vorfahrt. Und da kommen wir ins Frontenbord. Und da ist das Wanderer Tor zu sehen oder halt nicht zu sehen. Aber, ja. Und da sind wir da. Und jetzt nochmal laut sein. Wir wollen keinen Artikel 13. 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 Das ist europäisch aus, das ist Europahaus. Da wollen wir hin. Da versperrt die Polizei den Weg zum Brandenburger Tor. Ja, da wollen wir auch gar nicht hin. Wir ziehen vor den Bundestag. So siehts aus. Wir wollen keinen Artikel 13. 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 Überrechtlich gefützte Musik. Das ist ungünstig für mein Video. So irgendwo in die Siegessäule ziehen wir auf das Brandenburger Tor zu. So irgendwo in die Siegessäule ziehen wir auf das Brandenburger Tor zu. Und genau deshalb sind wir auf der Brandenburger Tor. Und wir sind heute alle auf der Straße, um mit diesen Lügen aufzuräumen. Ich habe mal ein paar Behauptungen über euch gesammelt und will mal sehen, was ihr davon haltet. Ich habe gehört, der Protest komme von Bots. Das stand sogar gestern wieder in der FAZ. Also noch mal ganz laut zum Mitschreiben. Seid ihr Bots? Nein! Wir sind keine Bots. 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 Ich habe auch gehört, wir sind ein wütender Mob. Seid ihr ein Mob? Ja, sowas von. Okay, unabhängig. Ich habe auch gehört, wir sind von Google gekauft. Ist hier vielleicht uninformiert, weil wir haben ja alle den Text gar nicht gelesen. Wer von euch hat Artikel 13 gelesen? Ja, klar. Das ist sowas von. Ich bin gerade eben durch die Stadt gelaufen und habe alles vernichtet. Die Stadt liegt in Trümmern. Ja, man ist vernichtet. Ich glaube, die Botschaft haben wirklich alle gehört. Ihr habt heute ein für alle Mal gewiesen, ihr seid keine Bots. Ihr seid die Zukunft der europäischen Demokratie. Und gemeinsam sagen wir dem Europaparlament, stoppt diese Reform! 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 Wir wollen keinen Artikel 13, keine Uploadfilter. Wir müssen verständlich und erfüllbar sein, auch für das kleine Diskussionsforum. Kein fehlerhafter Algorithmus bekommt ein Veto über unsere Meinungsfreiheit und unsere Kreativität. Kein Zensur darf unter Generalverdacht stehen. Eine Zensur findet nicht statt. Wir wollen auch keinen Artikel L, kein Leistungsschutzrecht. Wir wollen frei verlinken und uns frei informieren. Und wir wollen auch keinen Artikel 12, der den Urheberinnen die Hälfte ihres Geldes wegnimmt. Den Journalistinnen und Journalisten, wir stehen an deren Seite. Danke auch an alle, die ihn ausgegräht haben. Danke an alle, die Gesetze gewälzt haben, um sich und andere zu informieren. Danke an alle, die Schilder gemalt haben. Und danke an alle, die ihre Freundinnen und Freunde und ihrer Familie mitgebracht haben. Ihr seid alle großartig. Wir sind hier, um das Internet zu retten. Und wenn das gelingt, dann haben wir mehr gerettet als nur Memes und Let's Plays. Wenn diese Reform gestoppt wird, dann setzen wir auf den Glauben daran, dass Polizien funktioniert, dass europäische Demokratie funktioniert und dass wir gemeinsam richtig was verändern können. Ich bin überzeugt, wenn einige meiner Kolleginnen und Kollegen Demos, Bilder von diesen Demos sehen, Videos aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, dann werden die sich nochmal ganz genau überlegen, wie sie am Dienstag abstimmen. Gemeinsam können wir diese Reform stoppen. Dankeschön! Vielen lieben Dank, Julia! Ich glaube, das verdient nochmal Julia! 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 Er hat über 600.000 Follower. Er zeigt ihnen die Stirn. Und sein Name ist Christian Solmecke! Hallo! Hallo Berlin! Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und ich habe in den letzten Wochen viel über Lobbyismus und die Funktionsweise der EU lernen müssen. Und ich fand es beschämend, wenn sich Politiker plötzlich vor dem Willen des Volkes fürchten und plötzlich Abstimmungen vorziehen wollen, nur um dann doch wieder einknicken zu müssen. Ich kann es nicht kapieren, wenn sich Politiker Twitter-Accounts schnappen, ohne Sinn und Verstand twittern und damit doch nur offenbaren, dass sie vom Internet überhaupt keine Ahnung haben. Diese Politiker geben damit an, dass sie mehr Follower haben als ihr. Diese Politiker glauben, Google habe eingebaute Memes-Filter. Diese Politiker behaupten, das Geschäftsmodell von Google basiere ausschließlich auf Urheberrechtsverletzungen. Und diese Politiker meinen, Demonstrationen, Proteste und Videos seien alle von Google initiiert worden. Und das Schlimme ist, diese Politiker ignorieren den Aufschrei der Massen. Ich hoffe, sie ignorieren euch nicht, wie heute fast 40.000 hier in Berlin sich versammelt haben. Sie hören allerdings auch nicht auf ihre Digitalexperten. Und sie wissen vor allen Dingen, und das rüge ich ganz besonders, keine Antwort auf die Frage, wie groß ist das Problem mit Urheberrechtsverletzungen auf YouTube, Facebook und Co. eigentlich. Studien dazu fehlen gänzlich. Meine Kritik an Artikel 13 kann ich mit wenigen Sätzen sagen. Es sind nicht mal unbedingt die Upload-Filter, die natürlich kommen werden, die mir große Angst machen. Nein, es sind die Weltlizenzen, die die Plattformen künftig erwerben müssen. Diese Weltlizenzen sind ein Ding der Unmöglichkeit. Und man muss Verhandlungen führen. Und diese Verhandlungen mit dem letzten Aborigine in Australien, damit man von jedem Rechteinhaber auch wirklich alle Rechte bekommt. Und ich habe das hier bei euch auf den Plakaten gesehen. Auch ich bin Urheber, habt ihr geschrieben. Ja, alle, die hier fotografieren, sind Urheber. Und künftig müssen die Plattformen auch von euch die Rechte reinholen. Und das geht nicht. Das neue Haftungsregime, was Artikel 13 da etablieren will, kann man wie folgt etwa beschreiben. Stellt euch vor, ihr klaut einen nagelneuen, silbernen Porsche Carrera 911. So, und diesen Porsche Carrera 911, den ihr gerade geklaut habt, den stellt ihr in meine offenstehende Garage in Köln. So, das fände ich ja grundsätzlich gut. Aber ich finde nicht gut, wenn ich dann des Diebstahls bezichtigt würde. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Auf der Plattform wird was hochgeladen und die Plattform wird dann des Diebstahls bezichtigt. Das geht meines Erachtens nicht. Und dann kommen wir noch zu den Upload-Filtern. Die Upload-Filter, naja, auch da habe ich ein Beispiel für euch. Stellt euch da mal vor, ihr wollt einen Thunfisch fangen im Atlantik. Und euch fällt nichts anderes ein, als jetzt ein riesiges Netz zu nehmen und den gesamten Atlantik zu durchfiltern. Natürlich werdet ihr auch einen Thunfisch dabei haben, aber ihr habt auch eine Menge Wale dabei. Ihr habt eine Menge Delfine und kleine Fische dabei. Und genau das machen diese Upload-Filter. Sie sind völlig überdimensioniert und sie taugen nicht, um die Ziele zu erreichen, die sie erreichen wollen. Und die großen Player wie YouTube, Facebook und Co. mache ich mir übrigens überhaupt keine Sorgen. Die haben die Upload-Filter schon. Die freuen sich sogar, denn die werden bald Lizenzen erteilen und verkaufen an die kleineren Plattformen, die nämlich Upload-Filter brauchen. Und dann müssen die kleineren Plattformen nicht nur in Euro zahlen, sondern sie zahlen dann mit dem Gold, was im Internet wirklich zählt. Und das sind eure Daten. Und diese Daten wandern dann an Google, die noch besser wissen, was ihr alles macht. Und deswegen sagt auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, dass es ein riesiges Datenschutzproblem mit Artikel 13 geben wird. Abschließend möchte ich Artikel 13 aber nicht kritisieren, ohne einen vernünftigen Gegenvorschlag gemacht zu haben. Ihr alle wisst, dass ihr euch CDs von euren Freunden kopieren dürft. Und das ist völlig legal. Und dafür gibt es auch Abgaben für die Urheber. Und diese Abgaben nennen sie Pauschalabgaben. Und ich sage, diese Pauschalabgaben, die müssen wir übertragen ins digitale Zeitalter. Warum sollen nicht Google und Co. ein paar Cent abgeben pro Gigabyte Stream, der da veröffentlicht wird. Und diese Millionen kommen in den großen Pott der Verwaltungsgesellschaften. So hätten die Urheber mehr Geld, ohne dass wir Upload-Filter bräuchten. Doch damit diese Gegenvorschläge überhaupt ins Gesetz kommen, muss jetzt erst einmal Artikel 13 verhindert werden. Noch ist es dafür nicht zu spät, noch haben wir einige Tage. Lasst uns beweisen, dass wir keine Bots sind, seid laut, seid friedlich und protestiert. Erst haben sie uns ignoriert, dann haben sie über uns gelacht. Doch jetzt kommen die Artikel 13 Befürworter an uns nicht mehr vorbei. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Christian. Als nächstes möchte ich auch noch geballte Kompetenz, was das Thema betrifft, auf die Bühne bitten. Wir haben die digitale Gesellschaft und wir haben die Elisabeth hier. So, ich würde mal sagen, ich mache mich dann mal davon, ich verpisse mich hier. Ja. Ich habe demonstriert gegen Artikel 13, ich war auf der Demo. Ich werde mich jetzt mal da Richtung Bahnhof machen und ich werde, muss Berlin verschwinden. Ich mache mich zurück nach Magdeburg. Ja. War ein toller Tag in Berlin. Zurück geht's. Ja, wer auch immer. So, hier nochmal ein Abschiedsbild. Vor dem Brandenburger Tor oder hinter dem Brandenburger Tor. Ja. Däumtlich nach oben, sollte euch das Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meine Kanalsitze seid. Und ja, wenn ihr kein weiteres Video mal mit dem Zwergenfest verpassen wollt, habt es noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao. So, ich gehe nochmal in den Bundestag. Yo. So, ich gehe+. So, ich gehe nach oben, muss mich übernemuigieren. So, ich gehe mal durchgeführt, instincts spice das Video. Achuar. So, ich gehe auch schon. So, ich gehe mich. Ich gehe dich insach комментарios. So, ich gehe mal in das Video. So, ich gehe mal dans Frage. Ich gehe.